Komm her, du Schisser, du kleiner, ekelhafter Rattenkönig. Komm her! Eure Hetzte-Kill-Serk, man. Einen muttervollen guten Abend, Brothers. Herzlich willkommen zu einem schönen Gaming-Abend mit Killer13 und mir, den guten Wallin. Wir sind gerade im Gary Smod-Ladebildschirm, denn wir spielen einen richtig geilen Spielmodus, der da heißt Killer. Pirate Wars. Landwollte. Fucking bad. Könnte sein. Oh no, you're fucking bad. I like to tank Bensink. Bensink? Bei uns heißt einer Bensink. Hat sich für zu weit gemeldet. Boah, alter. Die tolle Ziefa hat dich getötet. Wie ich einfach vor Geburt gegangen bin. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten in der Ecke. Aha, genau da sind wir. Von da werden wir euch zerrupfen. Wie ein kleines Hütchen, das Gerupf wird. Wer steht denn da? Wen haben wir denn da? Bamm. Alter, kass. Treffer. Uh, das war knapp. 3, 2, 1, Treffer. Komm schon. Kick Wallen. Nein. Also ich habe ein No gemacht. Boom. Ja. Alter, seid ihr gefückt. Und nochmal getroffen. Schön alles das Schiff zerrupfen, so wie ihr es verdient habt. Der Käpt'n wäre voll auf euch zu. Ja, warte mal ab, wenn ich denn mal eine Kugel zwischen die Zähne gerobbt habe. Alter, du hast mich voll weggewascht. Ich bin... Ah, fuck, fuck, fuck. Ich hänge... Ah, ich hänge unter... Ich hänge unter dem Schiff. Oh Gott, ich werde sterben. Keine Idee. So, jetzt schießt schön auf den Kapitel. Oh, fuck. Fuck. Haha, komm her. Scheiße, Ship. Was, der Ship hat mich umgebracht. Das geht auch. Ja, vor... Aua, ich habe einen Kettenball umgebracht. Das war aber merkwürdig. Das ist saugeil mit dem Enter und sowas. Oh, fuck. Bin ich jetzt blau oder rot? Hier sind beide Parteien auf dem Schiff. Hier ist ich. Here I am. Komm her, du Schisser. Du kleiner, ekelhafter Rattenkönig. Komm her. Ich hätte sie killt, Sam. Alter, fang ich halt auch nicht. Ja. Stirbkiller. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff, ja. Du Rattenprinz. Alter, was machst du da hinten? Tschüss. Ich habe meine eigene gebraucht. Scheiße. Dankeschön. Echte gute Zusammenarbeit der Brothers. Jetzt schön draufrotzen, Jungs. Draufrotzen ohne Ende. Hopp. Hoppa. Alter, ich hoffe, ihr habt eure Schwimmflügelchen dabei. Ich will das nur untergehen. Scheiße. Das sah das dumm aus. Gott, eben. Scheiße. Wart mal ab, Kollege. Jetzt bin ich sauer. Nein. Nein. Wer hat gewonnen? Ihr habt gewonnen, aber ich bin vor euch auf dem Schiff. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Diesmal kriegen die Gegner auf die Nase. So. Auf geht's. Bist du blau? Ja, ich bin blau. Okay, perfekt. Wir sind ein Team. Ein Mann, zwei Männer, eine Armee. Guck dir diesen Mann an, wie er mich wegdrücken will, dieser Benzin da. Hey, Benzin, what the heck are you doing? Let kill it right in the rule, bitch. Hey, I'm onkel Tommy. Mein Name ist onkel Tran. Schön alter, wie es wackelt, aber ich werde sowas von nach rechts einbiegen. Oh, kill es gerade am Steuer, wie ein Ungeheuer. Man merkt, wie mit seinem Hyundai Pony. Der Benzin hat mich weggeschlagen vom Steuer. Jetzt kann er mal schön lenken hier. Oh, Benzin. What are you doing? What's that? Women can't park. Alter, nimm die Waffe, verdammte Scheiße. Los, draufrotzen. Jetzt haben wir volle Möglichkeit. Guck mal, keiner ist an der Waffe. Die Idioten. Scheiße, wir haben geknallt. Ja, das macht Spaß, ey. Schönster Rupfen, ey. Let's kill these. Boah. Alter, schweig. Ich schwöre, Alter, wir sind voll das Powerteam. Ich mache jetzt hier ein bisschen mit meiner Waffe. Die lege ich nicht nach. Der Käpt'n muss weg. Ja, ja. Das sind die Führungslosigkeit. Ja, der Käpt'n ist weg. Okay, warte, ich dreh bis ein, weil die Benzin ist die gerade irgendwie weg. Ja, die Benzin. Da oben ist einer auf dem Land. Ja, ich sehe, ich warte, den müssen abknallen. Also, ich drehe mich nicht. Ey, soll ich das Trait auffahren? Wohin willst du auch auf? Wohin willst du auch auf? Was hat Frau dann gerade eben gesagt? Äh, ich soll jetzt so weit von den Gegnern weg. Aber die fahren ja jetzt gerade weg. Ja, ich hab den Käpt'n gekillt, der ist nicht mehr oben drauf. Oh, perfekt, ey. So was schaff ich niemals auf Distanz daheim auf dem Berg. Ich hab auch ganz fisch gedrückt, will ich. Die Hose ist auch ein bisschen voll jetzt, aber es ist nicht schön. Ist halt jetzt schwierig, die aus der Situation, die einen guten Kurs, ohne dass wir eben vernachlässchen. Aber, bist du noch am Bruder oder wen? Nein, nein, nein. Ach, ich wollte eigentlich das wieder dran. Okay. Alter. Okay. Samuelskarton. Das ist die Samuelskarton. Ich versuche jetzt genau neben die zu gehen. Achtung, haltet, linke Seite. Okay, okay. Hey, die rammt uns, die rammt uns. Oh, no, collision. Kollisione, kollisione. Scheiße. Nein! Alter, was haben die gemacht? Alter, die haben hier einen Holzstab in unseren Anus reingerammt.